Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr werdet es wahrscheinlich schon mitbekommen haben, seit gestern ist der PTR mit Patch 9.1.5 live und bringt eine Vielzahl von Veränderungen mit sich, die getestet werden können. Wir wollen in den nächsten Videos über den Tag verteilt auf alles ein bisschen eingehen. Heute geht es mit ein paar Kleinigkeiten los bezüglich Mythic Plus Dungeons und den Seelengestalten für die Night Fae. Wir starten direkt mal rein. Es wird neue Soul Shapes und die sogenannten Kritter Shapes geben. Das bedeutet, mit Kritter, wir können uns dann als Night Fae in Tiere verwandeln, die eben sonst diese, weiß ich nicht, 1HP-Viecher sind, die sonst einfach weggeklatscht werden können. Mit dabei haben wir eine Eule, Wildschwein, eine Wolkenschlange, ein Jormunga, also diese Würmchen, einen Sporbatch, Sporen, Fledermaus, keine Ahnung, Igel, ein Alpaka, ein Widder, eine Ziege, ein Saurit, Frosch, ein Saurolisk, ein Präriehund, das finde ich ziemlich süß, eine Grille, ein Stachelschwein, eine Schlange, eine Ratte, ein Häschen, eine Katze, ein Otter und ein Huhn. All das ist dabei. Hier haben wir noch ein paar Modelle, die noch in den Dateien gefunden wurden, die noch nicht so verwendet wurden. Hier haben wir ein Eichhörnchen, ein Kätzchen, das ist der Otter, der Frosch, das Stachelschwein und die Ratte. Also da dürfen wir uns über einige neue Designs freuen. Apropos neue Designs. Ähm, es werden sogenannte MDI-Banner eingeführt mit Patch 9.1.5, beziehungsweise Tormented Banner of the Opportun, heißen die. Ähm, plant a banner representing your success against the tormented. Also, äh, stell deinen Banner auf, um einen Volk gegen die Gequälten zu demonstrieren. Ähm, was diese Banner machen, was sie bringen, ist nicht bekannt. Sie kommen auf jeden Fall ins Spiel, und zwar in vier verschiedenen Farbtönen. Das sind sie. Bin mal gespannt, ob das dann wieder sowas ist. Hier wird gemunkelt nur für MDI mit, ähm, nicht Mitglieder, Teilnehmer. Oder ob es was wird vielleicht, wo man mehr Ruf bekommt oder irgendwie sowas. Wir werden sehen. Schreibt mal eure Vermutungen in die Kommentare. Und damit sind wir mit dem ersten Video für heute durch. Bleibt auch weiterhin dran für mehr 9.1.5 News. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo dalassen, aktiviert die Glocke. Und damit bis zum nächsten Video reingehauen.